Der KinoCast Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate, mal wieder dabei. Hallo Erik. Ja, hallo Chris. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hast du gepullert oder hast du dir was eingegossen? Was war das gerade? Ich habe mir was eingegossen gerade. Das ist praktisch, wenn man so einen Toilettenstuhl am Gaming hat. Mom, Schüssel! So, damit haben wir erstmal das Niveau gesetzt für die heutige Folge. Da können wir gleich mal überleiten zu dem Sneak-Film, den wir hatten, denn der war auch nicht viel besser. Das war A Day to Die mit Bruce Willis. Und ich war ja gestern im Kino bei Top Gun und nachdem, warte mal, ich habe mir notiert, was für Trailer kamen, weil die meisten waren geil, da kam auch tatsächlich, ja genau, als zweiter Trailer kam A Day to Die gestern. Und zwei Anmerkungen zu dem Trailer. Erstens, der Trailer sieht gut aus. Ja, also wer den Trailer sieht, der könnte, der könnte ja eventuell denken, oh geil, Bruce Willis nochmal sehen und so, sieht gut aus. Also richtig, der ist gut geschnitten, der Trailer. Da sieht man nicht die ganzen dämlichen Szenen, zu denen wir später noch kommen. Ja, also einen restlichen Film meinst du. Und zweite Anmerkung, der Trailer erzählt fast komplett den ganzen Film. Also eigentlich brauchen wir dann doch nicht mehr rein. Und wenn ihr unsere Kritik nachher gehört habt, vielleicht, ja, interessiert es euch oder auch nicht. Also A Day to Die haben wir, dann natürlich Top Gun Maverick, habe ich gerade erwähnt. Dann haben wir die Filmpremiere Hustle geschaut, der ja letzte Woche eigentlich offizielle Kinopremiere hatte, in manchen Kinos auch lief, damit er bei Preisverleihungen mitmachen kann und auf Netflix jetzt seine Premiere gefeiert hat. Ja, News sehe ich hier drin, Serien, How I Met Your Father, Father, Father and Miss Marvel haben wir da für euch, werden wir besprechen. Und dann fangen wir doch gleich mal an. A Day to Die, Ein Tag zum Sterben. Ja. Oder, wie wir es nach der Sneak wahrscheinlich genannt hätten, A Day to Forget. Also, Bruce Willis, ich weiß nicht, ist das seine letzte Rolle hier? Ich klicke mal ganz kurz. Eine der letzten auf jeden Fall. Eine der letzten. Ist das die Rolle, mit der er in Erinnerung bleiben möchte? Nein, da kommen noch welche. Ja, da kommen noch welche. Das sind noch welche in Post-Production und solche namhaften Titel wie Fortress, Doppelpunkt, Sniper's Eye oder Corrective Measures oder Soul Assassin oder Wrong Place. Vendetta, Vendetta. Wire Room und Paradise City. Naja. Wir hatten ja noch eine Post-Production, um Gottes Willen. Das ist so Videothekenramschen, ne? Ja, aber hier Paradise City mit John Trey Walter und... Den habe ich ja nicht erwähnt. Ich habe die anderen erwähnt. Genau, aber der Rest ist so Videothekenram, schätze ich mal, wo er nochmal ein bisschen was für die Rente abkassieren will, bevor er jetzt aufhört. Worum geht es denn? Oh, schön, in Bayer Room spielt er wieder mit Kevin Dillon. Wo kennen wir denn den her? Genau, den kennen wir nämlich aus A Day to Die. Gute Überleitung. In A Day to Die ist so ein, was ist der eigentlich, Bewährungshelfer bei der Polizei oder sowas. Und der gerät in so eine komische Situation, sodass er jemanden erschießen muss. Und der, den er da erschossen hat, da war aber zufällig jemand von so einem Kingpin, so ein Gehilfe. Und sie stellen ihn dann auch quasi in diesem Ghetto, den Polizisten. Und als dann, ja, die überlegen dann, was sie mit ihm machen, sagen, ja, wenn sie ihn jetzt einfach nur killen, das wäre jetzt zu easy, da haben sie keinen Spaß dran. Sondern sie nehmen dann der getöteten Person die Waffe weg, sodass das halt aussieht, als hätte ein Polizist einen unschuldigen Schwarzen einfach erschossen. Was wäre ja heutzutage doch eine gewisse Brisanz hat, solche Themen. Und wollen ihn dann quasi wieder laufen lassen, in Anführungszeichen. Aber sie stellen noch eine Bedingung, beziehungsweise entführen sie später seine, seine Frau, sind die verheiratet bestimmt? Ja, die sind schon verheiratet, ja. Die ein Baby erwartet, das ist eine ganz emotionale Szene, also da holt Kevin Dillon alles aus sich raus. Im Auto. Und der Kingpin lässt die Frau von dem entführen, um dann zu sagen, hey, damit ist es jetzt noch nicht getan, sondern ich will hier Geld haben. Nämlich der Typ, den du für mich umgebracht hast, der war ein ganz guter Mitarbeiter in meiner Firma, Mitarbeiter des Monats und so. Der hat hier ganz gut Geld verdient und wenn ich das jetzt so hoch skaliere, was er mir gebracht hätte im Laufe seines Lebens, abzüglich diverser Aufenthalte im Gefängnis, dann komme ich so rund auf zwei Millionen. Und die hätte ich jetzt gern von dir und zwar bis heute. Ja, hätte bloß noch gefehlt. Moment, Moment, und hier ist eine Adresse. Ja, genau. Da gehst du hin und wie du es machst, ist mir egal, aber ich will mein Geld. Genau, und das ist übrigens mein Hauptquartier, jetzt weißt du auch gleich mal, wo das genau ist. Fehlt bloß noch, dass er so diesen, wo war das, bei Bang Boom Bang? Nee, bei Knocking on Heaven Store war das, wo der eine auch Geld will, der Gangster-Typ. Und dann hat er gesagt, ja, wo soll ich denn das Geld hernehmen? Ja, was weiß ich, frag deine Mama oder spiel Lotto. Fehlt bloß noch, der hätte hier sowas gebracht, aber hat er nicht. Und, ach ja, was macht eigentlich Bruce Willis da? Bruce Willis war mal so ein Polizeichef und hatte so einen Einsatz geleitet, als ein Überfallkommando eine Schule überfallen hat und in der Sporthalle alles so zusammengepfercht hat. Und die hatten auch irgendwie was, Lösegeld erpresst und wollten jetzt anfangen, alle umzubringen. Und dann hat er relativ in so eine Kurzschlussreaktion, hat er irgendwie Leute reingeschickt, die das dann gerade noch so, also es sind natürlich einige zu Schaden gekommen auch, aber ja, die Situation wurde dann halt irgendwie gelöst. Und daraufhin irgendwann, also die Story, die wir jetzt im Film sehen, die spielt ein bisschen später. Er ist mittlerweile, ach nee, der ist dann erst Polizeichef, genau, der war vorher irgendwie so ein Einheits, so ein Chef von der Einheit, genau. Und dann ist er Polizeichef geworden und sowas. Und will auch dann, hat höhere Ambitionen in der Politik und genau. Und er hatte halt die Einheit befehligt, um die es dann auch geht, weil Kevin Dillon war eben in dieser Einheit, die diese Schule gestürmt haben und seine Leute auch. Und er trommelt diese Leute wieder zusammen, damit sie irgendwie diese zwei Millionen beschaffen. So, was könnte man da tun? Ja, Banküberfall, ja, hm, ist ein bisschen gefährlich. Aber wenn man als geschulte Spezialeinheit vielleicht irgend so ein paar Drogendealer-Hops nimmt, die viel Geld gebunkert haben, dann könnte man ja auch das machen und das versuchen sie dann halt auch. Das ist auch weniger gefährlich als ein Banküberfall. Ja, das ist den ihr Bread and Butter, also das ist den ihr Geschäft gewesen, die ganze Zeit solche Dinger hochzunehmen, sowas zu stürmen. Da kennen die sich halt aus, so ein SWAT-Team mit so Banküberfällen, kennen die sich halt nicht so aus. Und dann nehmen sie halt das Naheliegende und ja, stürmen da halt so einen Drogenhändler. Und ja, dieser Drogenhändler, den sie da stürmen, der gehört aber nicht zu diesem Kingpin, also sie nehmen ihm sein eigenes Geld weg und bringen ihm das, sondern der gehört wiederum zu jemand anderes, den ich jetzt mal nicht verraten will, der die andere Seite der Stadt kontrolliert. Und da wird dann halt noch so ein bisschen sowas angezettelt, so dass die sich gegenseitig dann auch alle nicht mehr trauen, die Gangster, die vorher so die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Was jetzt relativ spannend klingt, war eigentlich ziemlich scheiße, muss man sagen. Also auch der Trailer sah ganz gut aus, wie ich ja gestern sehen konnte. Also der ist echt gut geschnitten, also da könnte man wirklich denken, das ist ein cooler Film. Ja, ist aber nicht. Waren Dialoge aus der Hölle, also das war ja wirklich, also als Schlefatz wäre, als Schlefatz geht er gut. Ja, da kannst du herrliche, lustige Kommentare dazu bringen, aber so als, als, als coolen Actionfilm. Und ach ja, Frank Grillo hat ja mitgespielt, der hatte glaube ich auch bei diesem, dem wir in der Sneak hatten, Sabotage, der wesentlich besser war, mitgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und ach nee, Kevin Dillen, den ich ja eigentlich mag, der hat hier furchtbar gespielt. Und also, es war ja, es war teilweise einfach frech. Also das muss man ganz ehrlich sagen, es war teilweise einfach extrem frech. Und Kevin Dillen mit dieser Speckfalte noch und was weiß ich was, der ging mir richtig auf den Zeiger, weil ich fand, der hat so extrem, also on point daneben gespielt. Wirklich, komplett on point daneben und Bruce Willis wirkte einfach nur gelangweilt und genervt und der Rest der Crew, ich weiß gar nicht, wo sie die ausgegraben haben. Also das war ja wirklich Laien-Spiel. Allein seine Frau Candice, Candice. Die haben sie, die haben sie, sorry für alle anderen, aber die haben sie wirklich nur nach Aussehen gecastet. Ja, sie haben halt eine Blondine gebraucht. Das klingt jetzt richtig doof. Vielleicht hatten sie kein echtes Casting gehabt, sondern hatten nur so Fotos. Da gibt es doch diese Fotos, wenn du dich irgendwo bewirbst als Schauspieler oder Schauspielerin oder Model oder sowas. Da hast du doch so eine Mappe mit so ein paar Fotos drin. Das sah wahrscheinlich ganz gut aus, aber die konnte ja so gut wie gar nicht schauspielern. Ja, was ich halt richtig, richtig super gut am Anfang fand, wo sie da ganz am Anfang die Villa da gestürmt haben mit dem Granatenwerfer. Mit einer Panzerfaust. Mit einer Panzerfaust. Also da ist eine Schule. Oh ja, wenn wir da reinschießen, das kriegen die nicht mit und bla bla bla. Kate, da ist eine Schule, die haben sich da drin verbarrikadiert und die kommen halt auf die grandiose Idee, die Tür mit der Panzerfaust aufzuschießen. Sind da Schüler drin? Ja, die sind ja da eingepfercht da drin. Aber sie sagen ja, das reicht nicht so weit rein, weil da ist noch so ein Gang dazwischen und so. Die haben sich das schon überlegt. Aber ich habe früher sehr gerne so ein Spiel gespielt, das hieß SWAT. Da gab es auch SWAT 1. Ich glaube bis 3 ging das. Ey, da konntest du halt so eine kleine Bombe, war es nicht, also du konntest so Schlösser aufsprengen. Den hast du an das Schloss drangemacht, dann gedrückt, dann ist das so rausgeschlogen. Und die schießen einfach mal mit einer Panzerfaust da drauf. Da siehst du wirklich, da fliegt das halbe Gebäude in die Luft. Also da ist so eine obere Etage noch, da haut es die Fenster raus, es explodiert alles wieder. Der Hummy Plaza damals. Du weißt, da unten drin sind Schüler. Fuck, das klingt jetzt nicht nach einer guten Idee. Ja, vor allem, sie rennt da rein mit ihrem Standard-M4s. Also das war so schlecht, also die M4a1 im Standard-Ding, wo du oben nur den Tragegriff noch drauf hast. Ich weiß gar nicht, ob vorne wenigstens noch die Kimmel drauf. Also total lächerlich. Jede Spezialeinheit hat irgendwie ein Nachtvisier oder noch ein scheides Visier oben drauf, wenn man sowas bei Nacht macht. Nein, oben schön den Tragegriff drauf gelassen, schönes Standardgerät. Ach, hier wird es schon keinem auffallen. Das war komplett lächerlich. Also wirklich, die ganze Mission da war komplett lächerlich mit, hey, oh, wir sprengen das weg. Und neun Monate später weiß keiner mehr davon. Oder wie viele Monate später? Keine Ahnung. Das ist alles schon wieder in Vergessenheit geraten. Haha. Und boah. Es war so mies. Es war wirklich so unterirdisch. Und dann diese Dialoge dazu. Die waren teilweise einfach eine Frechheit. Schlechtester Schauspieler, Schlecht-Schauspielerin von dem Film? Was würdest du sagen? Schlechteste Schauspielerin? Nee, also Schauspieler oder Schauspielerin? Was würdest du sagen? Naja, also Brooke Butler war schon ganz schön weit vorne dabei. Okay, ich habe einen Favoriten. Das ist der Bruder von Kevin Dillon. Also, der den Bruder spielt. Ich wollte gerade sagen, Johnny Capaldi als Tim Connolly, der war ja, also das war. Also, da habe ich auch gedacht. Was geht denn jetzt? Wobei Frank Grinow als Captain Bryce Mason war auch relativ mies. Aber der hat schon, der hat wenigstens eine natürliche Coolness, das da schon so ein bisschen was mitbringt, ja. Ja, aber trotzdem. Allein dieses, oh, ich fahre jetzt mit meinem Auto auf die Straßensperre zu. Ah ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Das würde ich aber eher so der Regie anlasten und diesem Drehbuch. Das war wirklich Banane. Also, das war ganz arg schlimm. Also, wie gesagt, das war ganz arg schlimm. Und dann diese übertriebenen Schusswechsel-Szenen, was da rausgehauen. Ich weiß gar nicht, mit was für Munition die geschossen haben. Ich glaube, die haben mit Feuerspur-Munition geschossen. Also, muss man haben. Fum, fum, wap, 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 wap. Das ist also in Farbenfroh mit Feuer. Da hättest du, was weiß ich, da hättest du ein Lagerfeuer entzünden können, so wie die da rumgeballert haben. Ey, eine Frechheit. Vor allem für mich war der Kontrast jetzt auch gerade sehr stark, weil ich habe ja letztens Ambulance gesehen und da ist so ein Shootout auf offener Straße und der ist richtig gut inszeniert. Also, da stimmt alles. Da stimmen die Geräusche von den Waffen, da stimmt der Munitionstyp, die Aufmunitionierung, da alles, die taktische Ausrichtung stimmt, du weißt genau, wer wo ist und nicht der eine ist plötzlich da. Und hier, das ist unmöglich, wo die dann diesen Shootout auf der Straße haben, auf der offenen Straße, da stellen die sich wirklich mitten auf die Straße teilweise und feuern da rum, wie die Helden, also ohne Deckung zu nehmen. Hast du das gesehen, ja. Aber das Geilste fand ich dann, wo sie, also mit das Geilste war dann, wo sie sich in der Bank verkrochen haben und dann draußen die Polizei kommt und du drei oder vier Mal die Szene siehst von der Polizistin, wie sie am Auto steht und ballert. Also sie steht hinter der Motorhaube offen da und schießt einfach raus und das siehst du einmal und dann rennen noch Leute vom rum und kurz drauf siehst du die gleiche Szene einfach noch mal und noch mal. Noch nicht mal ein anderer Winkel, das war einfach dieselbe Szene. Nein, das war einfach genau das gleiche noch mal. Das ist einfach so dumm auch. Die stand ja auch so dämlich da, so mitten, also ich weiß schon gar nicht mehr, warum die in der Bank waren. Stimmt, die waren in der Bank. Die haben sich zurückgezogen. Ja. Weil die mussten jetzt sicher zurückziehen, damit sie auch ehrenvoll da drin sterben können. Also die meisten. Ja, also puh. Also eine Frechheit teilweise, was da an einem Fokus getisch wurde. Der Kingpin der Schauspieler, der heißt nur Leon. Der hat gar keinen anderen Namen, der heißt nur Leon. Leon wahrscheinlich. Leon. Also ich war mal so frau und hab mal in der Gloria Sneak Stuttgart Facebook-Gruppe nachgeschaut, wo ja gewertet werden konnte für den Film. Und es gibt genau eine Person, die hat ihm fünf Punkte gegeben und alle anderen liegen drunter. Schade, dass man es nicht mehr sehen kann, welche Pfeifen das waren. Doch, man kann es sehen. Ich hab es rausgefunden. Okay. Ich hab rausgefunden, wie man das an sich anzeigen lassen kann. Ich seh zum Beispiel, dass du drei Punkte gegeben hast, Erik. Ja, wobei jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ich glaube, ich geh mal noch ein Stück runter. Musst du das ändern? Ich geh mal auf zwei. Das ist schon so viel. Ich hab keine zwei gegeben. Das ist schon. Doch, du hast zwei gegeben. Nein, ich hab eins gegeben. So eins bis zwei. Ah, okay, okay. Ich hab ja ein bisschen Mut zum Trash. Aber das war mir einfach, der nimmt sich ja auch zu ernst, der Film. Das ist es ja. Der nimmt sich übel ernst. Ja, das ist so dämlich. Und das Beste ist ja, ach genau, wir haben uns ja so kaputt gelacht. Da beginnt dann dieses Ultimatium, was da gestellt wird. Da wird eine Uhr eingeblendet, wie bei 24 seiner Zeit. Ding, ding, ding. Da ticken die Sekunden runter, ne? Und dann siehst du lauter Füller-Sequenzen. Ach, das jetzt muss ich erst mal hin und trink mal ein Bierchen, ne? Und so. Und labert. Ja, ich muss da noch rein. Und ich muss noch kacken oder sowas. Ach ja, ich muss da noch. Ach Mensch, ich muss auch noch die Wäsche aufhängen, hier, bevor ich hier meine Freundin aus den Fängen des Kingpins rette, die getötet wird um 18 Uhr oder wann. Also wenn sie schon so eine treibende Story da konstruieren, wo es um Zeit geht und dann auch noch die 24 Gedächtnisuhr einblenden, dann sollten sie wenigstens da auch ein bisschen Zeitdruck reinbringen in die Story, dass man sagt, okay, jetzt wird hier durchgehetzt, jetzt kommt es drauf. Ach nein, ach, da muss man sich mit seinem Bruder erst mal noch eine Runde kloppen und man weiß ja dann sowieso, dass die sich wieder zusammenfinden und dann, wenn die sich alle zusammenfinden, da werden erst mal alte Storys, Kamellen ausgetauscht da. Und wie schnell die aber dann auch, als es dann hieß so, ja, okay, ich rufe die Truppe zusammen. Aus allen Teilen des Landes waren die innerhalb von fünf Minuten da. Das fand ich auch beeindruckend. Also inklusive der Shooting Ranch in Texas und was weiß ich wo, das war schon beeindruckend, wie schnell die Leute da sind und wie schnell Equipment auch da war. und Equipment hatte der eine im Kofferraum. Ja, stimmt. Wir sind in Amerika, da gibt es Leute, die haben viel. Stimmt, ich konnte nicht das vergessen, das tut mir so leid. Da haben Leute viel. Katastrophe. Also ich habe ja gerade meine Wertung schon gegeben mit einem von zehn Punkten. Die Verfolgungsjagd, nochmal darauf zurückzukommen, die hatte die Dynamik von, was war das, bei Mandalorian dritte Staffel da, diese Kofferraum. Wobei, ich glaube, die bei Mandalorian war schneller, gefühlt. Das will was heißen. Hat mich ein bisschen erinnert an die nackte Kanone, 33 ein Drittel, wo der Mann von der, von der Dampfwalze überfahren wird, die so ganz langsam fährt und er so aus zehn Metern entfernt, nein, schreit er so, weißt du, in die Dampfwalze, duck, 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 und er so, nein. Das war wirklich so lustig, aber das ist ja so. Ja, so ungefähr war das hier auch, diese Brisanz bei den Verfolgungsjagden. Aber Vorsicht, Achtung, Warnung da draußen, der Trailer sieht gut aus. Ich durfte ihn gestern im Kino sehen und der sieht gut aus. Der ist gut geschnitten, da sind gute, gute Lines drin, was so ein bisschen an gute, alte, 80er Jahre, 90er Jahre, handgemachte Action erinnert. Vorsicht, absolute Vorsicht hier. Also von mir zwei Punkte, von Chris einen Punkt und der Rest des Sneak-Publikums stimmt uns da ausnahmsweise mal zu, sonst gibt es da immer so Ausreißer drin, die den irgendwie super fanden oder so, hier gar nicht. Also das spielt sich alles im muss man nicht sehen Bereich ab. Also Direct-to-Video wäre noch okay, da kann man wenigstens stehen lassen und muss nicht gucken. Ja, vor allem, weil es Video nicht mehr wirklich so gibt, Videokonsert, deswegen wäre das perfekt. Ja, nee, ich meine Video meine ich ja auch Streaming oder so, weißt du da, wir haben ja auf Netflix, da gibt es ja so viel Zeug, was die da lizenzieren, was irgendwie billig ist und ein bisschen knallt. Ja, wie ist das Six Underground? und so ein Zeug da. Naja, okay, mach mal Hoffnung hier, wie sieht es denn morgen aus? Der Tipp für morgen lautet, Zuwachs mal anders und es gibt keine Tipps. Hat sich noch keiner Gedanken gemacht. Danke, Erik. Sogar ich nicht. Ich bin nicht nur der Einzige, der hier was sagen kann. Ja, ich wollte tatsächlich gucken, habe es aber dann irgendwie vergessen. Okay, dann mache ich das jetzt mal live hier. Zuwachs mal anders, wo kommt da eventuell jemand dazu? Klingt nach, irgendjemand kommt irgendwie in die Familie dazu oder in die Gruppe dazu und der ist seltsam. Das könnte sein, ja. Ich scrolle hier mal so schnell durch. Vielleicht irgendeine komische Adoption oder irgendein Tierfilm, wo mal statt einem Hund, weiß ich nicht, ein Wildschwein adoptiert wird oder so. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Ich habe den Tipp mitgemacht. Wahrscheinlich lacht sich, der kriegt gerade eins ins Fäustchen von dem, was ich da so erzähle. Ich lache mir immer ins Fäustchen, wenn ihr redet. Bestimmt wohl. Ich tippe mal jetzt hier live vier Wände für zwei. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber es könnte sein, dass es darum geht, dass irgendjemand jemand aufnimmt in die vier Wände oder so. Damit hier wenigstens was gesagt wird. Okay. Und ich habe noch einen Kinofilm gesehen, den habe ich ja schon anfangs erwähnt. Ich habe mir gestern mal Top Gun Maverick angeguckt, schön im Gloria 1. In unserem Sneak Kino habe ich schon mal den Sitz ein bisschen warm gesessen für morgen. Und ja, 18.15 Uhr ist eine sehr kuriose Kinozeit, finde ich irgendwie. Aber es ist auch wieder schön, weil da hatten wir noch ein bisschen was dann vom Abend. Da ist es dann nicht ganz so spät. So, also Top Gun Maverick. Ihr kennt alle, denke ich mal, den alten Top Gun Film, oder? Ja. Also, der endet ja dann damit, dass Tom Cruise alias Maverick selbst irgendwie zum Ausbilder da wird in dieser Top Gun Schule. Und jetzt sind wir natürlich hier wieder, jetzt springen wir natürlich hier etliche Jahre vor. Also wir springen quasi auch in Echtzeit die Zeit nach vorne. Und Tom Cruise ist mittlerweile Testpilot. Er testet halt so neue Flugzeuge und da wollen sie jetzt auch bei dem einen Flugzeug Macht 10 erreichen. Und ja, während dieser Testflüge bekommt er dann aber auch den Auftrag von seinem alten Kumpanen und Cockpit Wingman hier, Iceman, gespielt von Val Kilmer, der lässt ihn versetzen, wieder zurück an die Top Gun Schule. Denn mittlerweile hat man angefangen, sehr viel, was Luftfahrt angeht, im Bereich unbemannte Drohnen zu machen. Aber jetzt gibt es hier eine ganz spezielle Mission, wo in einem Schurkenstaat eine unterirdische Atomanlage gebaut wird. Und die sollen sie rechtzeitig vorher bombardieren, bevor das richtig losgeht, bevor da das Uran geliefert wird und dann alles verstrahlt werden würde. Und diese Anlage ist heftigst bewacht mit Bodenluftraketen. Und da gibt es so eine Art Canyon vorher. Und wenn man durch diesen Canyon fliegt, kann man halt unter dem Radar durchfliegen. Dann können die einen nicht orten. Und das ist aber ein sehr heftiger Parcours. Hat ein bisschen erinnert bei Star Wars, wenn die da durch diesen Kanal durchfliegen, bevor sie dann das in den Lüftungsschacht einwerfen. Eigentlich exakt das. Ja, also das aber halt hier mit Flugzeugen. Und ja, Mavericks soll die jungen Piloten dafür für diese Situation ausbilden, die ja nun überhaupt noch nie irgendwie in Kampfhandlungen waren oder im Krieg waren oder irgendwas. Und die noch alle relativ grün sind. Die sind zwar die besten Piloten ihrer jeweiligen Einheit und sind dahin entsandt worden. Aber sie sind halt wirklich, ja, was das angeht, noch sehr, noch sehr neu. Also und er, Maverick ist halt der Einzige, der noch ein paar Abschüsse in Kampfhandlungen vorzuweisen hat, weil ja Amerika nicht so oft in irgendwelchen Luftkriegen jetzt verwickelt war in den letzten Jahren. Und er soll denen das halt beibringen auch. Zumal nachdem diese Mission erfolgreich abgeschlossen ist, nachdem die Bombe zur Explosion gebracht worden ist, sind sie halt mehr oder weniger auf sich allein gestellt, weil dann werden halt die Bodenluftraketen sie dann doch erfassen, weil sie dann aufsteigen müssen aus diesem Tal. Und dann werden auch feindliche Jäger, die um einiges besser sind als ihre eigenen, ja, sie natürlich jagen. Und die ganze Mission wird mit alten F-18 geflogen von denen. Da habe ich mich schon mal ein bisschen gefragt, warum haben die keine neuen? Also warum haben die keine neuen genommen, also die vielleicht den anderen ebenbürtig wären, weil da wurde mal gesagt, Generation 5 haben die anderen und sie haben nur die alten F-18. Aber gut, er kommt halt wieder zurück an den alten Standort, wo er früher war, wo auch der erste Film spielt. Da ist die Kneipe noch da, Jennifer Connelly ist die Barkeeperin dort und da sind auch einige Cameos von dem alten Film dabei. Und ja, vielleicht muss ich noch kurz erwähnen, dass der Regisseur von dem Film ist, Joseph Kosinski und der hat ja einen meiner Lieblingsfilme gemacht, nämlich Tron Legacy, wo er es ja auch sehr, sehr gut verstanden hat, den Geist des alten Tron-Films, der ja auch so aus den 80er Jahren ist, wieder in die aktuelle Zeit zu transportieren, ohne dass er, ja, dass er irgendwie die Fans verstört oder irgendwas Komisches macht, was da nicht reinpasst oder sowas. Das hat er damals bei Tron Legacy bewiesen und das hat er jetzt hier bei Top Gun Maverick auch extrem gut bewiesen. Die Luftszenen, die sind der Wahnsinn. Also man sitzt da im Kino und das ist auch ein Film. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr vielleicht nicht oft ins Kino geht und sagt, ja, ich kann die meisten Sachen, ich habe einen großen Fernseher zu Hause und ich gucke vielleicht nur die Marvel-Sachen mal an, weil die auf der großen Leinwand gut kommen oder irgendwelche anderen Weltraum-Sachen, Star Wars oder so, ich würde euch den Film auf jeden Fall auch empfehlen, weil der auf der großen Leinwand, das ist einfach der Hammer, wie das aussieht. Das ist so gut gemacht, es ist so gut gedreht. Ich hatte so viel Spaß bei dem Film und es hat auch einen wahnsinnig geilen Soundtrack. Ist natürlich am Schluss kommt dieses Lied von Lady Gaga, das hat mir nicht ganz so gefallen, aber der restliche Soundtrack besteht halt auch aus sehr vielen geilen Songs. Da ist was von David Bowie dabei und so viele coole Songs und in dieser Truppe von neuen Leuten ist zum Beispiel Miles Teller mit dabei, den wir ja auch als sehr guten Schauspieler kennen aus diversen Filmen, Whiplash glaube ich und so und die ganze Crew, also die neuen Leute, die haben jetzt nicht solche dämlichen Lines bekommen, wie jetzt hier bei A Day to Die oder wie bei manchen anderen stupiden Filmen. Ich hatte letztens mal auf Sky kam der Film Stealth, Gott war der dämlich, der Flugfilm hier. Heieiei und der hier war aber richtig gut. Die Chemie hat gestimmt, die Story hat gepasst, da war jetzt nichts dabei, wo man denkt, um Himmels Willen, was ist denn jetzt los und das Ende ist der Hammer. Es war richtig gut. Total Spaß gemacht, der Film. Deswegen gebe ich diesem Film, Achtung, ich gebe 8,5 von 10 Punkten für diesen Film. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Das ist aber abgehoben, die Wertung. Ich habe nicht so viel erwartet von dem Film. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, weil der läuft jetzt auch schon eine Weile, aber nachdem auch so meine Filterbubble da relativ gut gesprochen hat über den Film, habe ich gedacht, ich muss ihn doch mal sehen und möchte den auch noch empfehlen an alle Hörerinnen, alle Hörer, die gerne mal ins Kino gehen möchten und richtig einen Film sehen möchten, für den das Kino gemacht ist, für die große Leinwand, wirklich voll ausnutzt. Man denkt, man sitzt im Cockpit. Die sind natürlich alle nicht wirklich geflogen, glaube ich, aber das sieht so gut aus, als wären die alle wirklich und die Szenen, herrlich. Ich habe auch immer gerne Flugsimulator und so gespielt und herrlich. Toller Film, toller Film, toller Soundtrack, gute Darsteller, gutes Script, ausnahmsweise mal so nach dem Ausfall am Montag. Und, ja, der war ja so gut, ich habe ja gesagt, wenn der Film scheiße ist, dann muss ich danach noch einen guten Film sehen, dann hätte ich mir direkt danach, 2015, hätte ich mir Jurassic World eingeguckt, den neuen. Aber ich war so platt von dem Film, der hat mir so gut gefallen. Ich bin dann richtig glücklich da nach Hause gegangen. Und, ja, deswegen 8,5 von mir und wir gucken mal, was Neues anläuft im Kino und was in den Charts ist. Mal gucken, vielleicht hat ja mein Kino-Ticket was bewirkt. Kino-Charts und Neustart. Innenstadtkinos Stuttgart, Platz 5, der kleine Nick auf Schatzsuche. Der kleine Nick, geil. Entschuldigung, Platz 4 sind fantastische Tierwesen, Dumbledore's Geheimnisse. Platz 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Der jetzt Ende des Monats waren 10 Tage, die 12 Tage auf Disney Plus schon rauskommt. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, hier noch im Kino zu sehen. Geht da noch rein. Kino, auch große Leinwand empfohlen. Auf Platz 2, von 0 auf 2 quasi, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Oh, denn, wer ist immer noch auf 1, wo ja meine Kinokarte da nicht unschuldig dran ist. Top Gun. du hast ihn auf 1 katapultiert wegen einer Karte mehr. Top Gun Maverick. Hier übrigens, der Kollege da im Kino, der auch mal für dich moderiert hatte, der hat sich auch gefreut, mich zu sehen. Hab ich gesagt, ja, die anderen Pfeifen, die wollten nicht mit hier. Hey. Ja. Genau, also Top Gun Maverick immer noch auf 1, läuft auch noch in einigen Sälen hier und ja, Jurassic World, ich glaube, die zwei werden bald, ich denke mal Ende der Woche, werden die Plätze, denke ich mal, tauschen, weil Top Gun dürfte ja mittlerweile jeder gesehen haben, den es interessiert und wir schauen mal, was da noch Neues sich da eventuell entgegenstellt an Filmen. Alfons Zitterbacke, bin ich richtig? Nee, Quatsch, ich bin mit 7 und 7. du bist falsch. Dann mach du erst mal, ich reflech mal hier. Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt, Klamauk-Komödie von den Machern von Sketch History, von Erik Hafner mit Christoph Maria Herbst, Max Giermann, Matthias Matschke und weiteren. Den hätte ich gerne in der Sneak gesehen, ich glaube, das wäre ein cooler Sneak-Film. So, ja, so ein bisschen Klamauk mit ein paar guten deutschen Darstellungen oder so. Wäre, glaube ich, ganz gut gekommen. Was auch noch anläuft, da will ich mit meinem Kleinen rein, ist nämlich Lightyear. Die Story über diese, dieses Spielzeug von Toy Story, nämlich Buzz Lightyear, aber die, quasi die reale Story dahinter, ja, wer war Lightyear? Was hat er gemacht? Ja, und da sah der Trailer richtig gut aus und auch mit David Bowie Musik im Trailer. Ah, muss ich rein. Dann läuft an, Massive Talent, den hatten wir in der Sneak. Action-Komödie mit Nicolas Cage, also ich selbst, als Nicolas, Motherfucking Cage, der als CIA-Informant einen Drogendealer und Superfan überführen soll, von Tom Gormickan mit Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish und weiteren. Mhm, aber ich gerade Superfan, also einer von den, von den Rufnamen von Top Gun war Fanboy und einer hieß Coyote. Ja, was auch noch anläuft, zwischen uns, ein Drama um eine alleinerziehende Mutter und ihren am Asperger-Syndrom leidenden Sohn, von Max Frey mit Liv, Lisa Fries, Jona Eisenblätter und Tore Lindhart. Press Play and Love Again, romantisches Drama, in dem eine junge Frau ihren verstorbenen Freund mittels Zeitreisen dank eines Mixtapes vor seinem Schicksal warnen will. von Greg Björkmann mit Clara Ruckart, Louis Pullman, Danny Glover. Habt ihr den Trailer gesehen davon? Nein. Ich hab den gesehen, das sah echt nicht schlecht aus. War so eine Mischung aus Butterfly Effect, bloß halt hier ist es halt so ein Mixtape, wo sie sich dann so zurückbeamen kann und in Sachen, die schon mal passiert sind und dann passieren halt wirklich witzige und lustige Szenen. Ich hoffe mal, es war nicht alles nur im Trailer. Ich fand ihn echt ganz süß, also, ja, vielleicht mal irgendwie ein Date Night oder sowas. Mal gucken. Schmetterling im Ohr, ja, den hatte ich in der Sneak Preview gehabt über den, ja, Mann, der plötzlich nach und nach so ein Schlechter hören kann und da erstmal in lustige Situationen kommt und später auch ein Hörgerät bekommt und dann wären die lustigen Situationen aber nicht weniger und er verliebt sich dann auch in seine Nachbarin und das ist aber alles nicht so einfach, typisch französische Komödie. Sehr schön, aber ich habe ein Drama um eine unmögliche Liebe zwischen zwei gänzlich unterschiedlichen Personen mit dem schicken Namen A, E, I, O, U das schnelle Alphabet der Liebe von Nicolette Kremspitz mit Sophie Reuss Milan Herms Udo Kier. Udo Kier dabei, geil. Der Typ ist cool. Was könnte denn A beim Alphabet der Liebe sein? A, anmachen E, 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 E Medien, der an Demenz leidet und auf andere Weise als bisher auf der Bühne überzeugen will. Mit Timo Jakobs, Pega Feridoni, Dieter Landuris und weiteren. Und dann haben wir noch Dark Glasses, ne? Das Cover sieht aus wie... In Rom hat ein Serienmörder drei Prostituierte mit einem Cello-Seil erwirbt. Das letzte Seil des Cellisten ist für Diana Elena Pastorelli bestimmt, einem Luxus- Escort, die in den Hotels der Via Veneto verkehrt. Eines Nachts verfolgt der Wahnsinnige sie mit einem Lieferwagen und rammt sie, sodass sie in ein anderes Auto kracht. Als sie im Krankenhaus erwacht, ist sie in Dunkelheit gehüllt. Die Diagnose ist eindeutig. Sie hat den Unfall ihr Augenlicht verloren. Rita, eine junge Frau aus dem Blindenverein, hilft Diana bei den ersten Schritten in der Dunkelheit und in ihrem neuen Leben. In der Zwischenzeit ermittelt die Polizei ohne Erfolg. Doch damit ist es nicht getan. Der Cellist muss sein Werk vollenden. Diana, die von den chinesischen Waisenkind Jin unterstützt wird, what the fuck, kann nur versuchen zu entkommen. Das Katz-und-Maus-Spiel hat gerade erst begonnen. Klingt nach einem typischen Dario Argento-Film. Also der hat immer solche, wenn ich mich so erinnere an... Der ist aber extrem gut bewertet. ...Tenebre oder Suspiria. Ja, die sind eigentlich alle ganz gut. Da ist immer alles mögliche drin. Oder das Stendhal-Syndrom oder sowas. Das war früher in der Videothek, ging immer gut. Das Cover erinnert mich bloß an John Carpenters, Die Leben mit der Sonnenbrille, wo man dann so die Aliens sieht hier. Ja, na gut. Das war es dann so mit den Neustarts der Woche und den Kino-Charts. Da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Und wenn es A-E-I-O-U ist... Und wir gucken dann mal ins Heimkino. Was aber eigentlich gar nicht so richtig Heimkino ist. Eigentlich lief der ja gerade jetzt ganz neu. Heimkino. Kannst du Hustle mal vorstellen? Oder soll ich was sagen? Hustle auf Netflix ist der abrufbar. Und das ist ein Film, der nicht auf wahren Begebenheiten beruht. Da habe ich nämlich extra noch mal geschaut. Hustle erzählt die Geschichte von Stanley Sugarman. Der wird verkörpert durch Adam Sandler. Und Stanley ist Basketball-Scout. Also in der NBA ist er unterwegs für die Philadelphia 76ers. Und reist durch die ganze Welt. Und um halt eben das nächste Top-Basketball Talent zu finden. Und der alte Teambesitzer Rex Merrick gespielt von Robert Duvall der da noch mal einen kurzen Auftritt hat. Befördert ihn dann allerdings nach einer endlosen Reise oder nach vielen Reisen durch Europa wo er sich dann auch mal wieder nicht wirklich Talente mitbringen konnte. Kommt dann in die schöne Position dass er sagt okay pass auf du hast jetzt so und so viele Jahre das schon gemacht. Ich will deine Ansichten auf den Trainerstuhl haben und mach den zum Assistant Coach. Da wo er da wo Stanleys Sugarman immer hin wollte. Problem ist dann dass eben Rex Merrick leider verstirbt und sein Sohn übernimmt. Vince Merrick übernimmt dann gespielt von Ben Foster und die beiden ziehen sich nicht ganz so grün und das lässt Vince Merrick den auch gleich relativ schnell spüren indem er ihn nach kurzer Zeit vom Assistant Coach wieder degradiert zum Scout weil eigentlich will er ihn weg haben aus dem ganzen System weil er ihn einfach nur nervt. Und so kommt es eben dass Adam Sandler wieder durch die Welt reisen darf und soll schon auch da keinen Bock mehr wirklich drauf hat seine Frau Theresa die wird gespielt von Queen Latifah die hockt dann auch wieder zu Hause ist dann auch nicht so ganz happy die haben zusammen eine Tochter aber was weiß ich wie viele Geburtstage jetzt auch schon verpasst hat und eigentlich auch keinen Bock mehr drauf hat und so reist er durch Europa landet er dabei auch in Spanien auf Mallorca ist es glaube ich sogar und trifft dort will er dort eigentlich auch einen Spieler scouten kommt da allerdings dann nicht geht er allerdings doch nicht zu dem Spiel weil der Spieler verletzt ist und dann hieß es so dieses ja warum soll ich mit dem Coach reden warum soll ich das machen also alles so ein bisschen will ich da gar nicht hin und geht dann will dann eigentlich nur in Ruhe ein paar Basketball Körbe werfen also ein paar Körbe werfen um ein bisschen runter zu kommen auf andere Gedanken zu kommen und landet dann bei so einem Street Basketball Spiel wo ihm Bo Cruz aufspielt Bo Cruz wird gespielt von Juanjo Hernan Gomez und Hernan Gomez ist spanischer Basketballspieler aktuell bei den Utah Jazz in der NBA steht er unter Vertrag also das ist wirklich ein Basketballer der ist 2,6 Meter groß das hätte man sonst auch gar nicht so gekonnt wie was die da machen ja natürlich und er sieht in ihm eben einen absoluten Rohdiamanten und bringt ihn trotz Widerspruch von seinem Team von Philly bringt er ihn in die USA um ihn dort zu trainieren und ihm dort ins Schaufenster für den NBA Draft zu stellen das Ganze ist natürlich ein sehr heikler Weg weil der Weg von Bo Cruz Cruise Missile ist nicht unbedingt der einfachste er verliert relativ schnell die Fassung wenn man seine Familie angreift und da in solche Richtungen einfach auch geht und da muss sozusagen Bo arbeitet halt in Spanien auf dem Bau hat eine Tochter lebt bei Mama die Mutter ist abgehauen und Familienverhältnis also nicht wirklich so großartig und ja es geht dann im Endeffekt darum ob Stanley es schafft sich durchzusetzen und Bo Cruz in die NBA zu bringen und weil er denkt und weil er sagt hey der hat absolut das Talent dafür und der hat auch absolut den Hustle dafür das zu schaffen ob er es schafft und wie es ausgeht natürlich das verraten wir jetzt mal nicht aber was wir verraten können ist das ein Film der wie ich schon gesagt habe nicht auf wahren Begebenheiten basiert aber eine sehr sehr schöne Geschichte erzählt von einem Menschen der wenn er sich was im Kopf gesetzt hat das auch allen nochmal zeigen möchte und auch mehr oder weniger sich und der Welt beweisen möchte dass es gar nicht so falsch ist dass sein Riecher noch funktioniert ob es da wirklich im Endeffekt um Basketball noch groß geht also das ist so einer meiner großen Kritikpunkte übrigens bei der Sache weil die NBA kommt extrem gut weg bei der ganzen Sache die sind ja die steht ja über allem und ist ja ganz arg toll und ganz arg ehre und das ist ich was und auch da ist ja nicht alles so Gold wie es was glänzt aber trotzdem die Frage wo ich mir gestellt habe ist geht es in dem Film um den Sportler weil es ist halt keine wahre Geschichte oder geht es um die Geschichte von Adam Sandler selbst also verkörpert er sich selbst in der in der Story mehr wenn es so ist dann macht er das sehr sehr gut weil es so ganz arg viele Adam Sandler typische Szenen einfach sind wie man sie aus tausenden von seinen Filmen schon einfach kennt wenn es unangenehme Situationen gibt dann einfach dieses verschmitzte Lächeln und trotzdem noch Lächeln und trotzdem versuchen freundlich zu bleiben und nett zu sein der Film hat an den richtigen Stellen die Dramatik mit drin hat an den richtigen Stellen den Humor mit drin und Adam Sandler kann einfach überzeugen weil er ist halt nicht der Top durchtrainierte sondern er ist dann auch so ein bisschen älter und schon ein bisschen jetzt ja nicht mehr in Top Shape einfach das sieht man ihm halt auch an aber er lebt das dann auch und auch dieser Bart den er im Gesicht hat der ist jetzt auch nicht unbedingt der gepflegteste und das wirkt alles relativ gut also man merkt in dem Film dass Adam Sandler Basketball Fan ist dass er diesen Sport sehr mag und das ist auch völlig in Ordnung nur im Endeffekt fehlt mir so ein bisschen fehlte mir wirklich so ein bisschen was weil gefühlt äh gab es das alles schon mal ach mir hat nicht so viel gefehlt Erik wird mir jetzt widersprechen wahrscheinlich ja wir liegen ja ganz nah beieinander von der Wertung her aber mir hat nicht so viel gefehlt wie dir ich fand den rundherum gelungen den Film äh was den Film natürlich auch extrem ausmacht sind tausende von Cameo Auftritten aus der aus der Branche also da kommt hier mal und da mal und dort mal und da siehst du da mal irgendwie jemand der jemand spielt wo du denkst hä Moment mal ja also Shaquille O'Neill Dirk Nowitzki ich kenne ja nun von den aktuellen kenne ich ehrlich gesagt nicht ganz so viele also ja Dr. J aber genau Charles Barclay aber gerade so die aus den 90ern und so wo ich richtig viel geguckt habe wo ich hier dann in der Nacht lief das damals Seth Curry wie hieß das damals der Sportkanal oder so oder wie hieß das gab es glaube ich DSF Eurosport nee nicht DSF da gab es Sportkanal der hatte so wie so die europäischen Sternchen irgendwie so als Kreis na egal jedenfalls das fand ich so toll und dann halt hier die Geschichte von dem ja von von ihm halt so Familienvater der versucht irgendwie durchzukommen und dann dann sieht er nun mal das Talent und glaubt da dran und das klappt aber alles nicht so richtig und er muss da gegen diverse Widrigkeiten hat mich sehr oft erinnert an Jerry Maguire zum Beispiel wo ja Tom Cruise den den Footballspieler unter Vertrag nimmt den einzigen den er da hat weil er da rausgeschmissen wurde aus seiner aus der aus der Firma für die Sportpromotion und den an den glaubt und da irgendwie alles umsetzen will und hier auch die Musik ey die Kameraeinstellung ey die wie geil war denn bitte waren denn hier diese ganzen Basketballspiele gedreht das war ja der Hammer das war sehr gut gemacht das war der Hammer da kommt die Liebe wenn du zum Spiel aus absoluter Wahnsinn also das sah so gut aus diese ganzen Szenen auch wenn dann so auf die Personen draufgegangen wurde und wenn quasi der eine irgendwie Trashtalk gemacht hat und du hast dann dem anderen sein Gesicht gesehen du hast wirklich genau gesehen dass es ihn jetzt gerade trifft oder was jetzt ist oder wie er das gerade aufnimmt und so und das von dem Regisseur der jetzt noch nicht gerade so eine riesige Vita an Filmen hat die einen schon mal umgehauen haben aber das war so gut gedreht und das Drehbuch fand ich auch sehr gut wie das aufgesetzt war mit den auch sehr lustig an vielen Stellen wenn er dann irgendwo in Serbien ist und da ist so ein Typ der sagt er ist 22 und hat irgendwie was ich euch auch noch sagen muss was was mir sehr sehr gut gefallen hat einfach ist sie haben aus der Street Basketball Szene auch einfach Leute dabei gehabt und zwar unter anderem hier den Professor und alles wer das schon mal gesehen hat mit der Leute auf dem Court auch Hops nehmen kann und weil er einfach flinke Füße und Hände hatten alles also das ist schon cool und dass sie auch den nicht nur kurz zeigen sondern da tatsächlich auch dieses ja pass mal auf komm mal mit rein hier und der zeigt dir Tricks und dann musst du das machen dann musst du hier hingehen und dann musst du das machen und das ist einfach einfach richtig gut das hat mir echt gut gefallen da das noch mit reinzunehmen insgesamt aber muss ich echt sagen ja die Story war nichts Neues das kennt man alles schon irgendwoher ja aber ich mag das irgendwie diese solche Geschichten wenn so Underdogs dann irgendwie ja ich moche Rocky ist auch immer noch meiner Lieblingsfilm und so ich mag das einfach wenn das so gut dargestellt ist wenn dann Leute an sich arbeiten und dann irgendwie was schaffen und so wenn das schön dargestellt ist und glaubwürdig und so und hier hat auch das ganze Drumherum noch mitgestimmt und extreme Empfehlung von mir hat mich voll umgehauen hätte ich nicht so gut erwartet deswegen von mir neun kann man sich auf jeden Fall anschauen definitiv Netflix ich würde auch gar nicht sagen dass man es nicht anschauen sollte es hat so ab und zu seine Schwächen drin und im Original gucken am besten am besten im Original gucken weil der fährt ja viel durch die Welt und redet mit Leuten das klingt so gut ich hatte es erst auf Deutsch und dann ist der irgendwie um die Welt gefahren und die klangen wie alle gleich haben alle Deutsch gesprochen klar und im Original hörst du dann aber wie wirklich wie gebrochen das teilweise ist und so das haben sie in der deutschen Synchro ein bisschen glatt gebügelt ja dann habe ich es auf Englisch gelassen und herrlich herrlich auch dann wenn sie irgendwelche Witze mit Spanisch machen und so wo er dann auch so Spanisch lernt das kommt da auch viel besser rüber ja also von mir neun Punkte für Hustle eine absolute Empfehlung und ich würde mich sehr freuen auch wenn der Film jetzt etwas früh läuft für das Oscar Rennen nächstes Jahr wenn Adam Sandler da berücksichtigt wird weil diese Tiefe die der hier reingebracht hat und gerade solche Sportdramen die kommen eigentlich immer ganz gut an bei der Academy ich hoffe er kriegt eine Nominierung dafür auch wenn bis dahin wahrscheinlich noch tausend andere gute Filme kommen mit anderen Darstellern die es verdient haben aber wäre schön wenn er mit berücksichtigt wird mit einer Nominierung wenigstens ja definitiv bin ich bei dir also verdient ZDRs auf jeden Fall ich gebe ihm 8 Punkte weil wie gesagt coole Idee cool umgesetzt bisschen Schwächen Abzüge in der Story weil man halt doch irgendwie einem bekannt vorkam aber trotzdem sehr cool auf jeden Fall anschauen vielleicht auch noch irgendwie Nominierung für einen Schnitt Schnitt fand ich auch extrem gut also hat richtig Spaß gemacht das manchmal zu sehen die Einstellungen und so und war auch teilweise sehr lustig an manchen Stellen ok News und Trailer habe ich hier auf der Liste mal gucken was das ist bin ich sehr gespannt News Chris was ist das ich habe einen Trailer mitgebracht und zwar den Trailer von Black Adam also Black Adam von DC Comics und Black Adam ist das nicht mit der Rock oder so war das nicht ja genau mit Dwayne Johnson und deswegen habe ich darauf eigentlich schon relativ Bock wobei ja es wirkt teilweise wenn man es sich anschaut wirkt es tatsächlich sehr von Marvel geklaut in manchen Sachen nicht überraschen ja aber Black Adam für die die Geschichte nicht kennen der sein Sohn opfert sich für ihn und deswegen beginnt er ein Rachefeldzug gegen alle und man weiß nicht so genau ist er jetzt der Gute oder ist er der Böse aber es ist es ist einfach es wirkt total cool es wirkt auf jeden Fall sehr ich sehe gerade hier sogar dass das manche Szenen komplett von Iron Man geklaut sind und schlimm von Iron Man geklaut sind aber trotzdem es wirkt sehr sehr cool was sie da auf die Beine stellen und wirkt halt auch mit dem Humor von Dwayne Johnson mit rein und das kann einem solchen Film glaube ich ganz gut tun also ich kann mir vorstellen dass der relativ brachial wird der Streifen der Trailer gibt es zumindest her ich weiß nicht habt ihr ihn gesehen Pierce Brosnan ist auch dabei bei mir läuft er gerade ohne Ton hier da ist ein Vogelmann dabei den kenne ich aus Rick and Morty Birdman ich kenne Birdman woanders her ja aber also wie gesagt ich würde es auf jeden Fall mal reinschauen ich würde ihn glaube ich nur sehen weil es The Rock ist nicht weil es DC ist und ich mag The Rock einfach eben das ist der Punkt ich mag halt The Rock auch und jetzt mal gucken was dabei rumkommt ist gerade eine lustige Szene hier gewesen im Trailer ja ich verlinke mal den Trailer mit und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen liebe Hörerinnen liebe Hörer wenn ihr dann auf kinocast.net geht und da mal drauf klickt und dann machen wir mal mit Serien weiter achso warte mal wenn wir einmal über Trailers inhalten machen wir noch nicht mit Serien weiter ich wollte ja noch erzählen was wir noch so für Trailer gesehen haben also der erste Trailer bei 4TopGun war Mission Impossible Dead Reckoning und der sieht saugeil aus noch ein Mission Impossible der sieht richtig gut aus die haben den ja gedreht während Corona Lockdown teilweise und da waren die also siehst du im Trailer schon so Szenen wo die zum Beispiel auf dem Markusplatz waren oder an so Stellen die normalerweise total belebt sind war völlig leer ich bin mal gespannt wie sie das einflechten in den Film dass da vielleicht irgendwas passiert ist dass die Leute alle nicht mehr da sind oder irgendwas mal schauen ja dann wie gesagt A Day to Die dann Trailer gesehen im Kino Bullet Train mit Dings hier Brad Pitt der in diesem Schnellzug fährt in Japan in diesem Bullet Train und der sieht so gut aus der Trailer hallo ich hab den glaube ich jetzt gefühlt zum ersten Mal gesehen vorher gab es ja nur so ein Teaser ey da der sieht ja so spaßig aus wo alle auf der Jagd sind hinter irgendeinem Koffer der da irgendwie in dem Bullet Train ist und da gibt es so verschiedene Leute und das sieht so geil aus ist ja auch vom Regisseur von Deadpool 2 und da ist auch dieser Humor drin und er macht einfach voll Spaß die erste Szene im Trailer da sitzt Brad Pitt so einem Typen gegenüber und der will gerade was sagen das ist hier das Ruheabteil und so und dann kloppen die sich und jedes Mal wenn also so unterm Tisch weißt du so in der Eier treten und dem anderen irgendwie die Finger einklemmen und jedes Mal wenn einer schreien will hält der andere im Mund so Ruheabteil das sah so geil aus ja also Kino war da voll dabei bei Bullet Train also so vom Trailer Indikator her würde ich sagen Bullet Train kam am allerbesten an Mission Impossible so Platz 2 dann kam Avatar 2 der Trailer da war irgendwie waren alle ruhig irgendwie das also das ist ja auch nix für mich also und dann natürlich ich hab's euch auch geschrieben Thor 3 also hier ähm wie heißt das Dead nee wie heißt Thor ähm der neue Film wie ist der komplette Love and Thunder Love and Thunder was genau ach den könnte ich immer wieder sehen ey ich würde mich so freuen wenn der vor der Sneak einfach jede Woche läuft bis der kommt es ist ja so geil mit der ganzen Roses Musik und dann so schön volle Kanne im Kino hier ah und die große Leinwand und der Spaß ach geil 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 so das waren meine meine Trailer von gestern und jetzt geht's weiter mit Serien da müssen wir uns jetzt ein bisschen kürzer fassen glaube ich sonst wird's echt lang hier Serien How I Met Your Father erzählt mal ihr habt dann den Vater getroffen wer kennt's nicht das Intro von How I Met Your Father also How I Met Your Father ist die ähm Weitererzählung Neuauflage äh andere Generation von How I Met Your Mother einer Serie die ich sehr sehr geliebt habe und immer noch sehr liebe weil sie einfach tolle Charaktere liebevolle Charaktere mitgebracht hat wo man sich zumindest ich teilweise auch selbst wiedererkannt hat ähm und jetzt ist es so ähm jetzt wird eben How I Met Your Father jetzt erzählt Kim Cattrall als im Jahr 2050 ihrem Sohn den man nicht sieht haha äh die Geschichte wie sie seinen Vater kennengelernt hat und es geht in der Hauptrolle und in der Hauptsache um äh Hillary Duff die eben die Sophie spielt äh mit ihrer besten Freundin in New York lebt die lernen andere nochmal kennen daraus entsteht in Nullkommanichts schon beim ersten Aufeinandertreffen bei der Uberfahrt äh eine Freundschaft ähm und genauso holprig wie ich es gerade erzähle so ist auch die Serie ist ich finde äh ich habe jetzt vier Folgen von den zehn Folgen gesehen und ich finde es nicht so gut muss ich sagen also der einzig gute Charakter ist der Englander ne 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 das ist der geht mir am meisten auf den Sack welcher ist das wer ist das ich habe nur die erste Folge geguckt und die nicht mehr zu Ende der neue Freund von ihrer Mitbewohnerin da der quasi seine royalen äh Verbindungen abgetrennt hat um jetzt mit seiner großen Liebe da in New York zusammen zu leben und dem alles irgendwie New York so seltsam vorkommt und so der irgendwie sozial gestört ist höre ich da raus Erik dass du es auch geguckt hast ich habe es auch geguckt ja ich habe auch nur zwei oder drei Folgen geguckt ja aber aber also wirklich ich fand es wirklich teilweise frech weil schlecht gemacht und ziemlich geklaut auch und ähm also das anders anfangen bei How I Met Your Mother die Schauspieler wo da mitgespielt haben ja wer kannte die groß schon also Josh Randall Hilary Duff kennt jeder ja Hilary Duff kennt glaube ich jeder das heißt wir haben auf jeden Fall schon so ein also vielleicht Jason Siegel dass man den schon kannte ja den kannte man schon Neil Patrick Harris kannte man auch irgendwie ja die eine aus American Pie die kannte man auch ja also eigentlich kannte ich wir alle was willst du jetzt ja man kann sich schon alle mein Punkt ist ne also Barney kannte ich nicht und auch Robin kannte ich nicht vorher natürlich kanntest du Neil Patrick Harris Dougie Hauser ne ich kannte ihn vorher nicht dann ab auf die stille Treppe mit Starship sind halt auch eine andere Generation das stimmt ist egal wir haben gesagt wir machen es schnell also ich finde es ziemlich anstrengend die Serie weil es wird versucht den Charme zu klauen oder an den Charme von Howard Maddier Maddier ranzukommen und das gelingt überhaupt gar nicht meiner Meinung nach es wird so alles mögliche reingequetscht mit ja das ist meine adoptierte Schwester aus Vietnam und die ist lesbisch okay wir haben also das haben wir mit drin dann haben wir den Engländer mit drin ja so auf Krampf divers ne so ja also wirklich auf Krampf divers und das finde ich völlig unnötig weil du könntest das so schön und so einfach machen also ein Kumpel von mir hat gemeint ja es ist halt jetzt eine andere Generation mit den Leuten mit Anfang 30 und so und dass man auch mal sieht wie da jetzt die Welt tickt so wie es halt bei uns damals mit How I Met Your Mother war nur ich finde es komplett seltsam also der eine auch mit seiner Bar oh er besitzt schon eine Bar wir haben irgendwie schon ein Setting gefunden und dem seine Verlobte arbeitet als Ärztin in Los Angeles und kennengelernt haben sie sich beim Medizinstudium und er hat jetzt eine Bar und sie arbeitet in Los Angeles und er fliegt am selben Abend noch von New York nach Los Angeles um Hallo zu sagen also selbst ich weiß dass das mehr wie eine Stunde Flug ist ähm sie besucht ihn doch dann macht er will er hier doch einen Heiratsantrag machen oder? ne ja ne 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 hat er doch da geht es um die Sextoys äh ach so das ist später dann okay das habe ich noch nicht naja das ist erst später naja wo Sextoys da hast du was gebracht also ich fand ja How I Met Your Mother war immer ein bisschen zu brav ja ähm hier ist es schon sehr schlüpfrig teilweise wobei das auch so ist wo man denkt so oh den Joke hätte es jetzt gerade in der Stelle nicht gebraucht weil den den hast du schon aus der Ferne kommen sehen den Joke irgendwie teilweise also wenn du allein an Valentina denkst an Franisha Razor ich glaube in Folge 4 rennt sie das erste Mal nicht nur eigentlich in Unterwäsche bekleidet oder sowas rum sondern hat tatsächlich mal was anderes an wo ich auch schon denke so ja okay wir haben es kapiert dass sie einen netten Körper hat für den sie gerne zur Schauspiel aber und jetzt kommt ein riesen aber wo ich ein riesen Problem damit habe Christopher Lowell als Jesse und Christopher Lowell finde ich äh eher ja weiß nicht werde ich nicht so warm damit mit ihm als Schauspieler aber das ist nicht so schlimm sowas passiert aber was mich extrem nervt ist der hat die Synchro Stimme von Howard Wolowitz und wenn du das einmal gehört hast und der einfach die ganze Zeit nur einmal kurz nicht hinguckst und hörst dann die Stimme und denkst hä warum spielt Wolowitz damit und dann steht der da und es ist alles ganz einfach dann ist es vorbei also das tut mir wirklich leid ähm das war für mich der endgültige Killer gerade es ist mal ganz nett anzuschauen also ich werde es wahrscheinlich auch die 10 Folgen durchschauen aber es ist jetzt nicht sowas wo ich sage hey das kann man richtig wegsuchten und das wird epische und legendäre Moment gleich kommt es Legend wait for it Derry Moments geben wie bei How I Met Your Mother bei How I Met Your Mother muss ich sagen saß ich dran war teilweise zutiefst betroffen bei manchen Szenen wo mir einfach auch das Herz mitgebrochen ist weil es einfach so cool geschauspielert war war es lustigerweise die meisten Szenen mit Marshall immer und dann gab es auch so lustige Szenen boah da sind mir manchmal später noch welche eingefallen da habe ich mich nochmal kaputt gelacht wo mir das wieder in Sinn kam bei How I Met Your Mother ja ja da gab es so lustige Sachen und ja also hier eben bei mir sind die 2-3 Folgen ich weiß gar nicht 3 habe ich glaube ich verstrichen ich habe nicht einmal irgendwie richtig gelacht oder sowas ja dann ja schwierig Kate du hast auch die erste Folge geguckt aber nicht zu Ende ich habe nicht mal die erste Folge zu Ende geguckt weil ich es einfach nur dämlich finde es sind es ist eine plumpe Einführung der Charaktere ich sage nur die Szene in dem Uber Auto was für ein Bullshit also ich mag ja Hilary Duff und ich meine ich finde es ja auch in Ordnung dass man für die für die neue Generation die ein oder andere Serie ähnlich wieder aufzieht aber das wäre wie wenn du plötzlich Friends wieder aufleben lässt das ist einfach albern und dann diese diese künstlich eingesetzten Lacher aus dem Publikum nee also ich fand es einfach nur plump und blöd und die auf wie der Erik schon gesagt hat auf Teufel komm raus auf divers ausgelegt ähm und zwar auch sehr plump deswegen ich habe die erste Folge nicht mehr zu Ende geguckt und ich werde auch nicht weiter gucken interessiert mich null wenn sie ein bisschen mutiger gewesen wären hätten sie ja gesagt okay äh da ist jetzt was weiß ich eine Frau äh How I Met My Wife oder sowas ja dann wäre das Setting ganz anders gewesen andere Zielgruppe und so weiter wäre auch ganz nett gewesen ja aber nicht so na ich bin ja gespannt weil äh in der zehnten Folge Achtung Spoiler soll wohl äh Kobe Smalderson Auftritt haben als Robert ja das sieht man hier bei der EMDB schon genau ah ok ja genau naja aber ich weiß nicht aber es ist nicht dasselbe ich empfehle mal es kommt nicht an den Schaum ran weil du sagst äh von wegen Synchronstimme äh ich empfehle gerade US-Comedy immer im Original zu gucken das ist äh so viel besser jetzt nicht nur einfach äh original immer hier immer original gucken sondern nee aber gerade bei Comedy ist es wirklich sehr empfehlenswert okay so How I Met Your Father also von mir auch sehr durchwachsen ich weiß auch nicht ich hab's gesehen weil ich war da gerade hier bei Disney drin weil da Miss Marvel war ja das andere da mit dabei ja und genau Miss Marvel wie fand man denn das ich hab das fand man glaube ich alle ganz gut ich hab ja in unserer in unserer Gruppe ein bisschen rumgestänkert weil ich weil ich da so ein paar Kritiken gelesen habe und ihr habt es schon gesehen und ich hab eigentlich keinen richtigen Bock gehabt mir das anzugucken weil die die Kommentare die man gelesen hat die waren sehr negativ und sehr und ja es ist halt wieder komplett was anderes also grob mal um was es geht es geht um die junge Muslima Kamala Khan die in die Highschool geht ist wie alt ist man dann hat man das gesagt wie alt die da ist 16 ist sie 16 sagt ja die Mutter du bist erst 16 du darfst hier noch nicht hingehen auf die Avenger Con genau und sie ist großer Avengers Fan und mag hauptsächlich also am meisten mag sie wohl die Captain Marvel und es gibt die allererste Avengers Con und da will sie unbedingt hingehen mit ihrem Freund und auch also mit ihrem besten Kumpel und die haben sich auch Kostüme selber gemacht und wollen dort beim Cosplay Wettbewerb mitmachen und das Problem ist aber dass ihre Eltern es nicht erlauben weil da ist die Kostüme sind viel zu eng und da zeigt man viel zu viel von sich und da sind fremde Leute und das geht ja bis spät und sie soll ja nicht Party machen sie soll ja lernen und sie soll aus ihrer Traumwelt raus und sie ist so sie zeichnet wohl sehr sehr gerne und schweift halt auch immer wieder in ihren in ihren Gedanken ab wenn sie da in der Schule hockt und konzentriert sich nicht auf aufs auf die Schule sondern oder aufs Lernen sondern ist so ab und zu mal so in ihrer Traumwelt Teenager halt ne so darf ich mal ganz kurz einhaken diese Traumwelt oh wie gut ist das gemacht also sie dann teilweise bewegt sie sich irgendwo und dann sind so gezeichnete Figuren an den Wänden oder ähm es wird so in die Welt so eingeblendet wie so ähm eine alternative ja Realität oder wie heißt das da AI ne nicht AI da gab es auch so einen Begriff äh wenn das so eingeblendet wird in die Wirklichkeit wie mit Google Glass so ähnlich ah das sieht so gut aus ja schön zu schön gemacht oder auch teilweise wenn sie äh SMS schreibt Virtual Reality ne nicht Virtual da gab es doch das Augmented jetzt weiß ich Augmented Reality Augmented Reality wenn dann quasi äh sie schreibt SMS und läuft so eine Straße lang dann steht die Antwort mitten auf der Straße und dann schreibt sie wieder was dann wird die Neonwerbung von so einem Geschäft wird quasi zu ihrer Antwort oh wie gut ist das gemacht das hat mir so gut gefallen so so fantasievoll und so so schön das gedreht ist oh herrlich Kate machen wir weiter wollte ich nur kurz sagen ich wäre dazu noch gekommen keine Sorge jetzt wäre man mit dieser Traumwelt hier so kurz abgehakt nur ja auf jeden Fall ähm das war halt in der ersten Folge schon sie das gibt jetzt jeden ich glaube jeden Mittwoch eine neue Folge oder so ich weiß gar nicht ähm und äh sie will halt bei ihrem Cosplay Kostüm als Captain Marvel noch was Besonderes hinzufügen so ein eigener Touch und sie ähm sie kommt sie kommt dann oder ihre Mutter bekommt ein Paket von ihrer von ihrer Großmutter aus der aus der Heimat und da sind Sachen drin also irgendwelche Tücher und so ein Hand also so ein Armreif und die Mutter packt das alles dann gleich weg und so das ist auf dem Dachboden das braucht man nicht und die Mutter scheint jetzt auch zu erkennen was das ist und will das aber alles weg haben und äh sie sucht also wie gesagt Kamala sucht halt noch nach einem Touch für ihren für ihren äh für ihr Kostüm und geht dann auf den Dachboden und holt sich diesen Armreif und kurz also sie schleichen sich dann zu der Comic Con oder was ist Avengers Con und ähm sie zieht dann diesen diesen Armreif an und plötzlich überkommt sie so eine so eine Stärke also man merkt also es gibt gibt dann schöne schöne Szene wo sich von dem Armreif über ihren ganzen Körper was ausbreitet und sie spürt dann dass irgendwas ist aber weiß nicht genau was und dann wird muss sie da auf die Bühne und sich präsentieren und hat aber die die Leuchtehandschuhe von die ihr Kumpel gebastelt hat vergessen anzuziehen und nicht mitgenommen oder keine Ahnung und ähm auf der Toilette vergessen oder auf der Toilette vergessen ja und dann macht sie aber eine Handbewegung und dann plötzlich hat sie eben Kräfte die scheinbar vor diesem Armreif kommen und ähm löst dann da eine leichte Kettenreaktion aus und rettet aber tatsächlich noch jemanden und haut dann mit ihrem Kumpel ab und äh weiß nicht so what the fuck was ist jetzt passiert und äh und äh ja das ist so grob um was es in der ersten Folge geht ich bin gespannt wie es weitergeht es ist sehr bunt was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde ähm ich glaube die Serie ist ein bisschen für das jüngere Marvel Publikum ausgelegt nachdem wir ja jetzt so viele dunkle Marvel Serien hatten und sehr actionreiche Marvel Serien ich glaube das ist halt jetzt eher was für ja für das leichtere Publikum aber es ist wie gesagt es ist quietschbunt es ist sehr cool gemacht wie der Erik schon gesagt hat mit diesen Einblendungen und mit den Antworten es ist nichts was man nun so nebenbei gucken kann also man muss es wirklich aktiv gucken um nichts zu verpassen auch wenn sie sich dann mit ihm unterhält mit ihrem Kumpel und erzählt von irgendwelchen Sachen die sie jetzt gerade online gelesen hat was der und der gerade macht dann werden das auch so Comicdarstellerisch an der Wand an der sie vorbeilaufen dargestellt äh in so einem Zeichenstil das ist schon 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 cool gemacht also es flasht mich jetzt nicht so weg wie die letzten Marvel Serien aber es ist durchaus cool interessant also ich werde es auch weiter gucken ähm schauen wir mal ob es so quietschbunt bleibt aber ja auch da bin ich gespannt es gibt einen Satz in der Serie relativ zu Beginn da sagt sie es sind nie die braunhäutigen Mädchen aus New Jersey aus Jersey City die die Welt retten ja und ich glaube dass es darauf genau auch abzielt was sie wo die Serie hin möchte äh sie ist Muslima und ich muss an der Stelle sagen mir ist es so völlig wurscht ob irgendein Charakter in dem Film oder im echten Leben an Gott an Allah an äh an das fliegende Spaghetti Monster an Jedis glaubt oder an an Medichlorianer oder was weiß ich das ist mir so scheißegal aber das bin halt ich und klar es gibt immer diese äh diese diese Unterschiede dieses alles wo man immer sagt so oh ja und hier und da und es wird eben ähm eine Jüngere genommen jetzt also sie ist zum einen Jung mit 16 eine College Girl noch das ist so ein bisschen dieses äh kann man sagen ja Pendant vielleicht zu Spiderman ähm der allerdings ja auch älter wird ähm und sie ist quasi die muslimische Superheldin und äh das ist das was mich ich will nicht sagen stört mich stört das auch wenn da jetzt einer rumreiten würde die ganze Zeit und sagen würde ja hier ich bin aber der Superchrist oder was weiß ich was äh scheiß doch einfach auf Religion und sowas was das ist doch wurscht also mir würde das genauso funktionieren wenn das mit der mit der mit dem mit dem Glauben oder so auch anders drin wäre es auch völlig wurscht ob Captain America Muslime ist oder 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 Dingson es soll doch nicht darum gehen es geht auch darum dass man gut unterhalten ist und alle Menschen gleich also deswegen ja aber die Aussage ist nicht unbedingt falsch also ich meine ähm guck dir doch die ganzen Marvel Helden an abgesehen von Black Panther ja sind die doch alle weiß und klar bei Black Panther hat man es jetzt nicht so hervorgehoben ähm dass es jetzt mal ethnisch gesehen jemand anderes ist der ein Held ist aber ich finde es jetzt ich finde es jetzt so übertrieben bei Miss Marvel jetzt nicht aber ich finde es gut ich finde es gut weil wie oft hast du hast du Kinder und Jugendliche die sich mit irgendwelchen identifizieren und dann und dann sehen die jemanden der so aussieht wie sie und ist auch ein Held also ich finde es in Ordnung das ist die entscheidende Aussage hier was die Serie so besonders macht ähm genau der Punkt weil du hast halt einfach mal eine ganz neue Zielgruppe die also es gibt ja auf der ganzen Welt werden ja diese Comics geliebt ne das ist jetzt nicht nur in bestimmten äh bestimmten Ländern oder in bestimmten Kulturkreisen oder sowas und jetzt gibt es einfach mal die Identifikationsfigur für ein Großteil der Welt ja das ist einfach der Wahnsinn was herrscht das haben wir doch mit irgendwelchen Disney Filmen genauso naja mit mit Encanto und und Luca und wie sie alle heißen da werden auch mal werden auch mal andere äh Ethnien und und andere ja Hautfarben zu Helden und und so zu ja und deswegen finde ich das bei Miss Marvel total in Ordnung ich finde das gut wie das gemacht ist weil ähm ich sag mal der muslimische Glauben ich hab halt einige Freunde und Kollegen auf Arbeit die die glauben da gibt's schon sehr sehr spezielle Ansichten auch gerade was so so Thema Superhelden und so weiter angeht auch gerade wenn dann manche Eltern die sehr sehr streng sind die wollen dann halt nicht weil das so ein bisschen äh ja so so teuflisch wirkt dann mit diesen Superhelden ich find's wirklich gut dass das jetzt gemacht ist und auch mal gezeigt wird wie die Eltern in dem Film dann damit umgehen und so und da war ja auch gnadenlos witzige Szenen wenn der äh wo sie mit ihrem Vater hingehen soll und so ich will's mal nicht spoilern ey ich hab so gelacht es war so gut aber ich fand's auch da total süß wie der Vater drauf war also weil er will ja eigentlich auf der Seite seiner Tochter stehen aber er kann sich ja auch nicht gegen seine Ehefrau stellen also versuchte halt den Mittelweg zu machen und dann ach das fand ich so süß ja sehr 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 schön also wirklich eine Serie die hat mich so positiv überreicht weil ich hab die negativen Sachen gelesen und hab dann gedacht naja jetzt guckst du halt mal rein hier irgendwie eine Kinderserie hier mit und so und ey das hat mich so umgehauen es war so schön gedreht so gut hat mich ein bisschen obwohl es natürlich ein ganz anderes Universum ist an Stargirl erinnert was auch so ein bisschen diesen kindlichen Charme hat und auch so ein bisschen leicht überdreht und so aber hier fand ich's noch ein bisschen besser dargestellt wie sie so im Leben steht das andere war so ein bisschen völlig außen vor und auch dieses sie haben natürlich auch einen geschickten Kniff gemacht dass sie einfach mal alle Fans einfach abgeholt haben die auf solche Conventions gehen und sich irgendwie mit Cosplay die haben sie einfach mal alle reingeholt das war wie damals bei Galaxy Quest als einfach hier das ganze Ding auf der Convention begonnen hat hier auf der TrackCon sozusagen und das einfach so charmant dargestellt wurde und dass dann einer von ihren da mitfliegt und so und hier halt auch so diese 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 Convention dargestellt also wirklich wirklich gut gemacht gut gedreht gute Darsteller also ich kann die negativen Sachen hier nicht nachvollziehen und ich wollte eigentlich nah und dazu befinden hab's nicht es hat mich dann die Folge hat mich vom Gegenteil überzeugt weil ich dann sage boah das ist richtig gut gefilmt hab ich gedacht das stimmt eigentlich gar nicht was die erzählt haben und auch so kindlich ist es gar nicht okay das ist halt eine junge Darstellerin die halt irgendwo noch in der Schule ist klar aber ja hey da geht's halt los ich meine in der Schule war jeder mal und ja jetzt mal sehen sie wird ja dann auch in dem folgenden Kinofilm auftauchen irgendwie The Marvels oder wie das heißt 2023 wird sie auf jeden Fall im Kino zu sehen was mir jetzt gar nicht weil ich musste ich hab dann gestern gab's da irgendwie eine Post-Credit-Scene oder hab ich da irgendwas verpasst weil ich hab's ewig laufen lassen da kam nix mehr das war ein bisschen ungewohnt okay also hab nicht nur ich was verpasst nichts verpasst okay dann bin ich sehr gespannt auf die nächste Folge von Miss Marvel und da muss man direkt aufpassen dass man nicht den Film erwischt wenn man das gucken will das heißt ja genauso nee nee Miss Marvel und Captain Marvel ist ein Unterschied hier gab's nicht ach Captain Marvel ja okay Captain Marvel Miss Marvel stimmt also muss man nicht aufpassen ja also ich hab irgendwas gelesen dass diese Miss Marvel auch in den Comics immer auch wieder mal verschiedene Personen sind also immer quasi der der den Armreif trägt da wollte ich noch was zu sagen also die Einführung von den Superkräften mit dem Armreif also das fand ich echt das fand ich als großer Kritikpunkt ja das war so hier ist ein Armreif Glückwunsch für Superkräfte hä okay ja vielleicht geht sie da jetzt noch nach wo das herkommt und so da geht sie ja ich hoffe dass dazu noch was kommt so passiert es halt dann weil das fand ich echt ein bisschen ja da findet sie wahrscheinlich raus dass irgendwo in ihrer Familie jemand schon schon diese Kräfte entwickelt hat und eigentlich total bekannt ist aber sie gar nicht weiß dass sie mit dem Verwandt ist und so das kommt bestimmt das könnte ja was mit Changji zu tun haben oder so da gab es ja auch solche Ringe oder sowas die sahen aber anders aus aber vielleicht ist da irgendwas was da verzaubert wurde in der Vergangenheit wer weiß werden wir bestimmt noch erfahren oder auch nicht oder auch nicht wir werden sehen die spannende Frage gibt es heute ein Rätsel oder wollen wir das es gibt eins okay dann machen wir das Rätselecke so na denn ich habe mich diese Woche für einen absoluten Klassiker entschieden und zwar oh da weiß er heißt sehr gut bin ich voll im Bilde nee so ein Klassiker als Rätsel hatten wir schon lang nicht mehr und zwar habe ich in der Fernsehzeitung geblättert ach so ja und ich werde euch ein es gibt noch Fernsehzeitungen okay ja meine Mutter besitzt Fernsehzeitungen aus der Apotheken Umschau die heißt TV für mich oh und sie hat sie im Abo also nur für deine Mama okay genau handgeschrieben nach ihren Vorzügen nach ihren Vorlieben und da habe ich geblättert und habe überlegt aber das haben wir schon lange nicht mehr gehabt und zwar werde ich jetzt euch eine Kurzzusammenfassung für einen Film nennen der ich muss mal ganz kurz gucken heute im Fernseh kommt okay scheiße ich sage nicht ob öffentlich-rechtlich Pay-TV oder Privatsender und das sage ich nicht so und ich werde natürlich den Namen des Hauptcharakters rauslassen also es geht rein um die Grundbeschreibung des Films und ihr müsst nur sagen um welchen Film es geht wie ist der Spielmodus wer es zuerst weiß ja schreit raus aber ihr müsst nicht ihr müsst nicht zu Ende ruft seinen Namen damit man weiß wer zuerst war oder ich möchte bitte zu Ende erzählen oder hast du eine Klingel oder einen Bumper oder sowas äh nee ne ich meine nicht du der Chris der habt ihr hättet ihr was zum drücken ne ich hätte was auf dem Soundboard ja aber der Chris bräuchte was ich komm rüber dann hab ich auch was zum drücken der Chris Chris muss in die Hände klatschen ich mach hier ich mach ein Geräusch okay also wer es zuerst weiß macht ein Tonsignal der Chris klatscht der Erik macht Nerd oder so ähnlich genau aber bitte lass mich zu Ende erzählen ich denk nicht also ich denk wir können eher bereit? ja ein kauziger Tierdetektiv hat sich auf die Suche nach verschwundenen Haustieren spezialisiert dabei sind ihm eine das weiß ich auch ich wollte zu Ende erzählen Ace Ventura Ace Ventura gut es war zu einfach der Tierdetektiv das war viel zu einfach hab ich jetzt schon gewonnen ich hätte noch eins achso okay dann mach mal also wenn ihr jetzt sagt Ace Ventura war zu einfach wieso was heißt ich hab jetzt einen Punkt bitte ich hab auch nur zwei Sachen rausgesucht achso okay der Erik hat gewonnen aber ich mach das zweite auch noch dann blätter mal auf morgen vielleicht gibt's da noch was ich hätte noch im Sommer 1999 versuchten vier Kleinstadtjungs aus Michigan ihre Unschuld bis zum Highschool Abschluss verloren zu haben Moment ich bin noch nicht fertig ich hab noch nicht fertig weil wenn du jetzt eine Antwort gibst ist sie wahrscheinlich falsch zehn Jahre später kehren die Freunde als Erwachsene für ein Wochenende nach Hause zurück um ihr Klassentreffen zu feiern und die Erinnerungen in Erinnerungen zu spelgen möchtest du deine Antwort ändern? ja dann mach ich wahrscheinlich American Way 2 oder so oder wie heißt das? okay Erik hat was gesagt Chris was sagst du? vielleicht auch die drei oder wie heißt das mit dem Klassentreffen? ist das die drei oder die vier? oder keine Ahnung wie lange? wahrscheinlich vier wie lange geht das überhaupt? wie viel gibt's da? Chris möchtest du was sagen? es ist aber wirklich es ist tatsächlich es ist American Pie das Klassentreffen es ist der vierte Teil aber Erik hat gewonnen auch wenn er mich nicht zu Ende hat erzählen lassen ein Applaus für Erik na dann bin ich ja beim nächsten Mal dran macht euch auch was gefasst hier so dann sind wir ja schon bei den Musiker-Tipps ihr Musiker habt ihr alle was von Rammstein hier nachdem man das in der ganzen Stadt gehört hat? ich hab gar nichts gehört ich hab nur den Feuerschein am Himmel gesehen von mir gibt's das hab ich gesehen Felix Yen mit Nuit Blanche das ist schon was zum Tanzen ich hab aus dem Film Hustle den Song The World Is Mine von Sam Henscher ah sehr gut ich bin ganz ganz glücklich denn es wird ein neues Album von Panic at the Disco geben und sie haben ihre erste Song ihren ersten Song released und zwar Viva Las Vengeance Viva Las Vengeance ok ja ja pack ich mit drauf den hast du ja bestimmt noch nicht wenn das ganz neu ist das niegelnagel neu ah ich seh's hier genau cool pack ich auf die Spotify Playlist die da heißt Kinocast Songs und dann könnt ihr liebe Hörerinnen liebe Hörer das alle abonnieren und habt da immer eine bunte Auswahl an Musik aus unseren diversen Geschmacksrichtungen hier und dann sind wir durch für das heutige Programm ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitmachen bin sehr gespannt was uns morgen in der Sneak dann erwartet und sag dann tschüss bis nächste Woche tschüss auf Wiederhören tschüss der Kinocast bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal